Es sieht aus wie so fast eine Familie oder so. Kannst du fast eine Familie? Wir sind doch eine große Familie. Fast eine Familie. Wir sind etwa fast eine Familie. Ich bin der Daddy. Fast eine Familie, aber wir können fast französisch. Hä? Was hat das? Hat ihr das checkt, was er mir gesagt hat? Überhaupt nicht, Bro.